Die häufigste Art der Bauchspeicheldrüsen-Tumore ist das duktale Pankreaskarzinom, welches von den Zellen der Drüsengänge ausgeht, tritt vor allem im höheren Alter auf. Es gibt dann seltenere Pankreastumore, die endokrinen Neoplasien, die zystischen Pankreasneoplasien und die Azenuszellkarzinome. Die häufigsten Symptome des Pankreaskarzinoms sind der Icterus, das heißt Gelbsucht, eine Verfärbung der Augen und der Haut, ein Juckreiz, Pruritus genannt, Oberbauchschmerzen oder ungewollter Gewichtsverlust. Der schmerzlose Verschluss des Hauptgallengangs verursacht neben dem Icterus auch eine Dunkelfärbung des Urins und einen hellen Stuhlgang. Die Bauchsonografie, Ultraschall, wird häufig als erste Untersuchung verschrieben. Nicht immer kann sie allerdings die Bauchspeicheldrüse gut darstellen. Das CT, die Computertomographie, wird hingegen verwendet, um zu beurteilen, ob ein Pankreastumor chirurgisch entfernt werden kann und um zu sehen, ob es Metastasen, also Absiedelungen, gibt. Als Alternative dazu kann man eine Magnetresonanztomographie durchführen. Heutzutage kann man nur durch einen chirurgischen Eingriff, also durch die operative Entfernung des Tumors, eine kurative, also eine heilende Behandlung erreichen. Zusätzlich wird die Chemotherapie angewandt, sicher nach der chirurgischen Behandlung, aber immer mehr auch vor der chirurgischen Behandlung, um eine Verkleinerung des Tumors zu erreichen. Es gibt nebenher die Strahlentherapie, die zum Einsatz kommen kann, und die sogenannten palliativen Behandlungsmethoden. Sehr wichtig ist eine endoskopische Positionierung einer sogenannten Endoprothese. Das ist ein Plastikröhrchen, der im verschlossenen Hauptgallengang eingeführt wird, um die Gelbsucht zu behandeln. Weiters gibt es chirurgische palliativen Methoden, das heisst chirurgische Eingriffe, die den Patienten die Symptome nehmen sollen. Die Überlebenschancen beim fortgeschrittenen, nicht operablen Bankreskarzinom sind heute noch äußerst schlecht. Die Chemotherapie, die palliativ verabreicht wird, besteht darin, dass dem Patienten oral oder über die Venen ein Medikament gegeben wird, das die Tumorzellen angreift oder tötet. Das Krankheitsbild kann dadurch deutlich verlangsamt werden. Auch die Strahlentherapie spielt in diesem Moment eine Rolle. Allerdings eine mögliche Heilung erreicht man heutzutage noch nur mittels einer chirurgischen Entfernung des Tumors. Eine Chemotherapie kann vor einem chirurgischen Eingriff zu einer Verkleinerung des Tumors führen und dabei einen nicht operablen Tumor in einen operablen verwandeln. Eine Chemotherapie nach dem chirurgischen Eingriff, die sogenannte adjuvante Chemotherapie, dient dazu, eventuelle Tumorzellen, die noch im Kreislauf sind, abzutöten. Eine palliative Chemotherapie hingegen dient dazu, das Krankheitsbild bei einem nicht operablen Pankreaskarzinom zu verlangsamen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.